Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Seducer, heute zu einem wahrscheinlich eher kürzeren Sonntagsspecial, aber es gehört halt trotzdem noch dazu. Letztes Mal haben wir hier den Geschichtsmodus abgeschlossen. Ich habe übrigens an der Stelle für bezüglich Achievements versucht hier auf einem Level, ich weiß nicht mehr genau auf welchem das war, aber auf jeden Fall auf einem, das seht ihr jetzt hier gehört, kurz nicht bei den Achievements, ähm, wo war es denn? Hä? Auf jeden Fall bei einem Level habe ich es nicht geschafft, einen perfekten Run laut Steam hinzubekommen, aber auf jeden Fall, ich finde das gar nicht, ähm, deswegen, ähm, ja. Aber, das Gute ist, wir können uns, glaube ich, soweit ich das weiß hier, was ist eigentlich Ratgeber? Okay, was auch immer Ratgeber ist, das können wir uns vielleicht auch anschauen, aber bezüglich der Extra, also hier abschließen aller Level, genau, perfekten Lauf aller Level und 50% plus Abschluss. Ah, ne, doch, stimmt ja, genau, laut Steam habe ich das jetzt in allen Levels, das seht ihr jetzt hier, ne, noch nicht, irgendein, ne, genau das hier, genau, hier erstes Date mit Alexa, genau, jetzt da ist es also, mein Gott, das ist hier im Steam ein bisschen verwirrend, hier bei den persönlichen Errungenschaften. Ich blicke da nie durch, was jetzt erledigt ist und was nicht, egal, keine Ahnung, bei mir ist das irgendwie komisch, glaube ich. Auf jeden Fall, hier erstes Date mit Alexa, das markiere ich hier gerade, hier sind nur ein Mauszeiger, der irgendwo strange herumhafert, aber hier erstes Date mit Alexa. Habe ich eigentlich einen perfekten Lauf, alles grüne Antworten und trotzdem ist es immer noch ausständig. Es war ja, glaube ich, auch so hier bei dem, äh, hier bei einem anderen Level, das wir, glaube ich, gemacht haben, das habe ich dann nochmal gemacht und da hat es funktioniert. Also dieses perfekte Lauf zu bekommen, scheint in Steam irgendwie ein bisschen buggy zu sein oder mit dem Spiel grundsätzlich, dass es nicht wirklich erkennt. Wenn man alle grüne Antworten genommen hat, sagt es trotzdem, das war nicht der perfekte Lauf. Wahrscheinlich, weil es immer zwei perfekte Antworten gibt und du musst halt genau die richtige von beiden wählen. Aber das ist mir dann ehrlich gesagt zu blöd, von daher nehmen wir jetzt einfach mal, was wir hier kriegen können. Wir haben ja hier trotzdem noch einige dieser alternativen Szenen und so weiter, Outtakes. Und ich würde sagen, da schauen wir heute einfach mal ein bisschen rein, was es hier für coole Outtakes gibt. Und wir fangen natürlich an mit dem ersten Kapitel und zwar Frau auf der Straße und da würde ich sagen, los geht's. You're just so beautiful and I want to give you a kiss, actually. Whoa, no, 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 no. Why not? Uh, because I don't know you. I'm not trying to fuck you in your ass or anything. Wow. I'm just trying to give you a kiss. You know what? What? Don't hit me. That's going to be the throwing, the throwing. Yeah, I work in IT, but I wouldn't say that... I don't feel like today's going well, don't I? Hey, listen, I have a few minutes, so would you say we just quickly grab a coffee before we go our separate ways? Yeah, okay, that would be nice. Uh, no, you want to give me your number, surely? Oh, shoot, I'm so sorry. I thought we were doing it again for some reason. Okay, no, let's do it. You say you can't, but... Okay, das war wirklich nur ein kurzer, kleiner Bonus. Aber finde ich lustig, dieses Behind-the-Scenes. Äh, ich finde sowas ja immer persönlich sehr toll, wenn man hier diese perfekten, äh, diese Outtakes... Hier, halt nicht Outtakes, sondern perfekter Lauf am Anfang steht und hier hinten nur Outtakes. Ich finde die persönlich bei, also bei großen Blockbustern und so weiter ist es manchmal ein bisschen strange, aber so bei solchen doch schon ins Professionelle gehenden, aber doch noch, also nicht Millionen-Budget-Produktionen, sage ich jetzt mal, finde ich persönlich die immer, eigentlich immer gut, auch in Indie-Filmen oder in YouTube-Videos. Also, prinzipiell alles, was nicht high-end produziert ist, sind Outtakes, also ich weiß nicht genau warum, aber immer so ein bisschen lustig, weil wahrscheinlich die Leute auch nicht nur da sind, um jetzt hier 2 Millionen Paycheck einzufahren, sondern auch, weil sie tatsächlich ein bisschen Spaß haben, dahinter stehen, hinter dem Projekt auch ein bisschen. Und, ja, hier sehen wir schon, hier wird offensichtlich gelacht bei einem Outtake, nur wie man hier an dem kleinen Vorschau-Bildchen vielleicht erkennen kann. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns, 2 Frauen in einer Bar an. Ich erinnere mich an das Level kaum noch, muss ich gestehen. Das erste ist irgendwie in der Ruhe geblieben, da habe ich die Szenen noch alle fast wiedererkannt, aber das hier, schauen wir mal. Das ist guter Tipp, danke dir. Kein Problem. Was hast du gerade gemacht? Du hast eine Kapuste. Ist er eigentlich auch so halb Regisseur? So, how do you learn this place? I think it's boring here. Yeah? Yeah. Well, just give it a chance, I don't know. We should just wait for it for a minute, I don't know. What the fuck? What's wrong with you? Hey, stop it! Hey, hey! Okay, das war nur ein alternativ-take, wie es aussieht. Achso, nein, sie lachen im Hintergrund, wahrscheinlich bei, das hätte man rausnehmen können. Oh, ja, meine Frage. You're probably the kind of person, you eat half your dinner and then throw it away. No, I'm not that bad. Imagine there's a thingy, what is it? What is it? Imagine there's no... People. People, what? You can just say, like... Imagine all the people living for today. So, do you think this, like, the drink is also for cheap or for free? This drink? This is very drink. This is very drink. No, it was very cheap. I don't want to drink the Coke, but okay, I will. One more time. It was good. Ah, yeah, Coke, okay, ja. But it was good, perfect. Okay. Okay. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know either. Judging us for eating burgers and fries. Yeah. I don't know, you're some weird vegan then. Very, what? Maybe do it again and you're not vegan. Is it okay? Okay. And I'm trying to persuade you to be vegan. Okay, cool. Let's do it. Okay. Okay. And I also, like, love playing with my dog. What? No, we're posing for the choice. Okay, but now something else. I'd like to fish. No, no, no. We're gonna talk together. But this is an orange choice. Okay. That's complicated. Why should I tell you this? Because it's a green choice, babe. Okay, then. So I'll tell you. Okay. We'll do it again. Okay. Okay, das war jetzt cool. Zwei Sachen dazu anzumerken. Also, sie haben offensichtlich. Also, sie haben offensichtlich. Also, das hat doch schon sehr hier das erste gescriptet gewirkt. Aber das hier hat so gewirkt. Also, ich glaube, sie haben nicht wirklich ein Drehbuch im Sinne von jedes einzelne Wort. Und vielleicht kann hier und da mal so ein Line improvisiert werden. Aber tendenziell ist alles strikt nach Dingen. Aber prinzipiell scheint es hier so zu sein, dass sie einfach nur quasi das ist die Choice. Das ist eine Orange Choice. Und dann spielen wir das einfach quasi freischnauze runter. Das ist doch sehr ein bisschen improvisieren. Was es, glaube ich, zum einen halt leichter und zum anderen schwieriger macht. Weil man kann halt als Drehpartner das dann noch retten. Was gerade ein-, zweimal in die Hose gegangen ist in den Outtakes, wie wir gesehen haben. Aber es geht halt. Während, wenn halt zwei, drei Sätze nicht beim korrekt nach Drehbuch gefilmten Zeugs, äh, also Skript, ähm, wenn da ein, zwei Sätze halt einfach verkackt wurden, dann nochmal. Aber gut, ähm, ah ja. Und natürlich habe ich mir aber auch schon gedacht, dass es nicht wirklich alkoholische Getränke sind. Ich versuche bei solchen Filmen, Videos und so weiter immer ganz gerne mal, also in YouTube-Videos vielleicht wirklich mal was Alkoholisches. Aber so prinzipiell auf so Filmen, äh, hier auf einem Set ist eigentlich nie was Alkoholisches. Versuche ich immer so, mir so einen Spaß rauszumachen und zu schauen, was ist das jetzt? Manche Sachen wie Wodka oder so, also Sachen, die klar sind, sind eigentlich immer Wasser, weil erkennt man nicht den Unterschied. Ähm, hier so Bourbon und solche Sachen sind teilweise Cola. Ich habe irgendwann mal gehört, so diese hellen Bourbon sind Cola mit Speisestärke, was unfassbar ekelhaft sein muss, schätze ich jetzt einfach mal. Aber es ist halt eine Möglichkeit, dass wenn man ein paar Mal eine Szene machen muss, dann nicht zu wasted ist, damit man sich an die Lines erinnern kann. Aber gut, die zwei Sachen wollte ich hier nur mal kurz anmerken. So, von der Bekannten zur Freundin. Da bin ich jetzt sehr interessiert, weil er hat ja gesagt, dass das wirklich eine Freundin von ihm ist, die, äh, bei der mal eine Freundschaft Plus entstanden ist oder irgend sowas hat er in dem Abschlussvideo gesagt. Also in dem hier unten, Absolvieren aller Levels. Können wir uns theoretisch nochmal anschauen, um das rauszufinden. Aber irgendwas so in die Richtung. Also sie war eine Freundin und das ist eine, äh, realen Begebenheit und Sprung. Und dann war es ja auch so. Und dann war es ja auch so. Danke sehr. Danke sehr. Uh, schon. Ich werde es für... Nichts, okay? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und dann war es gut. Oh mein Gott. Okay. Ready? Okay. Ja, ja. Ja. Well, so what, you know, men work sometimes, and to be honest, like, could you really do better? Uh, really? I said she's from Russian countryside. Yes, but, like, I want more, like, you came from the country. You don't need to do this, you're not in the camera. Look at me, everyone. Are you looking at this guy? Yeah? That was, yeah. Okay. We got it, yeah. I'll pretend I'm drinking my coffee. Ah, yeah. Okay. I just don't feel myself beautiful. Feel yourself. Touch yourself. What's the problem? Okay, that was enough about me. Let's talk about you. How's your life, like, life? Actually, I think... By the way. Here you go. Take this. Thanks. So maybe you don't want to talk about it, but it's better in the beginning, right? So what, what happened? Choose first. Okay. Okay, okay. 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 I was like, why is Lydia looking at me strangely? Okay. Okay? Okay. Okay. That's great! Thanks, you too. Like a guy off the right side of the right side. Who is that person from the left side? Why are you laughing already? It's not good. You're doing this? I'm tired. Come on. I'm scared. What? Did you see only what happened before you? Okay? Ich weiß nicht, dass ich das jetzt nicht so mache, aber ich weiß nicht, dass ich das nicht so mache, dass ich das jetzt nicht so mache. Wir nehmen das in die Wohnung. Eigentlich nicht, ich glaube, dass wir nach Hause gehen müssen. Oh, ich bin schon nach Hause. Das ist gut für dich. Vielleicht müssen wir das zum Bett nehmen? Es ist zu lang. Ich muss nur ein paar Minuten... Okay, ich zeige dir. Das ist mein Telefon. Das ist mein Treue. Das ist mein Treue. Das ist mein Treue. Ich muss nur ein paar Minuten... Das ist mein Treue. Das ist mein Treue. Let's stoppen. Nein, besser gehen. Warte, warte einen Moment. Wo gehst du? Du gehst deine Pfanne? Das war. Okay, also... Ich muss immer noch sagen, dass das in diesem Barocksaal, was durch die Tür gefilmt hat, mit dem roten Kleid unfassbar strange aussah. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ihre Pose in dem roten Kleid und das Kleid selber einfach unfassbar gekünstelt und unbequem und einfach wirkt. aber, na gut. Es war leider nicht so krass... krass aufschlussreich, sage ich jetzt mal. Außer, dass wir... Also, das haben wir aber... Ne doch, das haben wir jetzt erst hier, glaube ich, erfahren. Hier war es, glaube ich, kurz angerissen. Aber dass das Produktionsteam, glaube ich, russischer oder irgendwie osteuropäischer Herkunft ist oder was... Ich weiß gar nicht von wem. Das können wir mal kurz schauen. Äh, Credits. Genau, hier... sind alles eher... Namen... Äh, hier, beziehungsweise... Hauptschauspielerin. Wingman Schauspielerin. Okay, ne. Nochmal. Richard... Fehlende Übersetzung. Okay, das ist... Dass in den Quellen fehlende Übersetzung steht, ist ein bisschen weird. Aber okay. Alles klar. Äh, dann... Wahrscheinlich steht überall in den Textfiles fehlende Übersetzung, bis es... geändert wird. Und da hat jemand, statt das zu ändern, einfach nur drangehacken, Regisseur. Nehme ich jetzt mal an. Aber ja. Man merkt halt, es ist ein Indie-Spiel, zumindest auch im Vergleich zu Teil 2. Aber das macht auch irgendwie so ein bisschen den Charme aus. Nur, dass die Leute teilweise abgeschnitten wurden, das hat mich immer noch ein bisschen geärgert. Na gut. Gibt's eigentlich auch irgendwie Outtakes von den... Von den... Wo... Ja doch hier! Feedback-Video-Outtakes. Ja! Da will ich unbedingt auch hin. Aber gut. Jetzt erstmal die Szene mit seiner eigentlichen Frau. Und da bin ich sehr gespannt. Aber... Einfach auf den Weg! ist nur ein Doppelig, weil du mit mir auf eine Date bist, aber das ist alles. Nein, das ist alles klar. Ich glaube, das ist okay. Das ist egal. Ich bin nicht nur für den Weg. Ich bin für dich. Ich glaube, das ist okay. Ich bin nicht wichtig. Review for Improvement. What? Kiss me longer. Let's go. Das ist das einzige Level, finde ich, was wirklich so einen ganz anderen Vibe hatte. Allein schon, weil es das einzige Level ist, glaube ich, was... Ja gut, das war bei Tageslicht halt, aber das ist das einzige Level, was halt wirklich so ein bisschen steril und hell und so weiter gewirkt hat. Selbst das erste Date mit Alexa hat nicht so gewirkt. Na gut, schauen wir mal. Okay, try it. Are you calling me a prostitute? Maybe try and be angry. Are you calling me a prostitute? Let me try and upset you first. I thought we're going to be busy all night. You what? No, with you. Okay. Yeah? That's cool. Yeah. Are you joking or not? No. Would you like me to joke or not? No. 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 Forget the reports. Okay. Why were you crying? No. Yeah. Ja, ich schreibe so viel heute. The poor rainforest. Ja, genau. Du bist frei, nicht wahr? Ja, ich mag es essen. Ich kann das nicht tun. Was? Es muss sich beizig sein. Ah, es muss sich beizig sein? Ja. Red. 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 Hey, um, after work, me and some of the guys and girls, we're going to the shamrock bar. Alright. Hey, listen, after work, a few of us, me and some of the boys and girls, we're going to... What the fuck, Alfano? Alright, it's a long way off, but at least this is a lot of time for me to practice my cooking, so it should be really tasty by then. By that time I move to Russia or somewhere. What? What? It's yours. Keep it. No, I was designing the stuff. My keynote. I'm a lawyer. Yep. I have many talents. What? No. I'm a lawyer. I'm a lawyer. I'm a lawyer. It's all related to each other. I should be lawyer to lawyer. Martin, I just don't say you did everything. Okay. Okay. You do want to go home, right? You should be happy. Lesbian. Oh, die Choice haben wir gar nicht gehabt, glaube ich. Okay. Also hier gab's ein, zwei Choices, die wir nicht gehabt haben, oder die ich zumindest nicht erkannt habe, glaube ich. Aber offensichtlich war bei der Szene das Schlimmste, dass die offensichtlich wirklich in einem Bürogebäude oder irgendwo gedreht haben und es manchmal so ein bisschen Hintergrundlärmbelästigung kam. Was natürlich für'n Dreh ein bisschen Arsch ist, vor allen Dingen. Wobei, ich glaube, in manchen Szenen haben die mit Lavaliermikrofonen, also hier diesen Ansteckdingern, diesen Ansteckmikrofonen gearbeitet. Hier aber, glaube ich, nicht allein, weil das, glaube ich, mit bei so hier Krawatte ist das schwierig. Na gut. So ein bisschen Hintergrundinfo. Ich habe ja Tontechnik studiert. Auf Krawatten Lavaliermikrofone anbringen ist möglich, aber es ist jetzt doch ein bisschen Arsch eher, sage ich jetzt mal. Weil du kannst zwar das Kabelsau gut verstecken, aber dann musst du es halt hinten in den Kragen reinführen. Und das kann schwierig sein, sage ich jetzt mal. Egal. Äh, ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich habe da kein Mikrofon an dem gesehen. Wie dem auch sei. Ich habe nicht genau aufgepasst. So, erstes Date mit Alexa. Und das sind dann auch schon die... Achso, ne, das waren die Out... Ah, das waren die Outticks schon. Jetzt kommen die alternativen Szenen. Oh. Und das hier sind dann Special Dinger. Der ultimative Night Game Führer 2. Was auch immer das sein soll. Und dann hier Feedback. Das fände ich auch noch ganz nass. Verstehe ich ihn nur nicht. Hier ist erstes Date mit Alexa alternative Szenen. Und hier ist dasselbe. Ach, spiele jedes Level mindestens einmal. SMS Geheimnisse. Okay. Es gibt offenbar noch ein paar neue Sachen zu entdecken. Jetzt erst einmal mal ein paar alternative Szenen. Daran kann ich mich, glaube ich, gut erinnern. Sorry. Excuse me. Thank you. Sorry about that. I think I might leave too. I think I should leave now. Actually, no. It's kind of gross. Bye. See you. We're on a trip on this. Okay, we ready yet? Yeah, yeah, yeah. Oh, did we hear the car land on the last one? Sure, though. Just kidding. It went off. What is happening? You good? Let's go. Yep. Let's go help him move furniture and then. I hope he will move furniture and then. So I actually do photography too. Oh, really? Yeah. What camera do you use? It's just a kind of five day you mark through. Okay. I'll kind of still do a little bit here and there. We got it. We got it in time, yeah? Yeah. You have a feeling of when it comes. That's just music, like a little bit of music right there or something. Put that off. It's good timing. Well, since we're next. This is going to be really funny. Yeah. Okay. Do you want me to practice first? I'm slapping you, yeah? This slap is in the daytime. You can slap me here as well if you like. Yeah, slap me here. Because, yeah. Okay, do what you like. Yeah, I can't slap you. Okay. Okay, let's go. You okay? Yeah. Okay. But I kind of like a handful, so let me just measure up. Oh! Fucking pig! What? Sorry. It's okay. It's okay. Fine. I'm so sorry. Yeah, I like boobs, so let me just see how you measure up. Oh my god! Fucking pig! I've seen it always before. Alright, do it again. Sorry. It's not you. Go around. You're like leaning away from me. Because you know, you know it's coming. Okay. You're still leaning in. I know, it's my boxing training. Okay. We're ready. Okay. Okay. Das ist natürlich. Das, das habe ich mir immer schon gedacht. Also nicht immer, aber habe ich mir schon oft gedacht, dass, wenn halt so eine Szene ist, wenn einer einen anderen slappt, unerwartet, laut Skript natürlich nur unerwartet, dann, wie schaffst du es nicht instinktiv, wenn du weißt, jetzt komm, zurück zu zucken? Ich glaube, das ist sehr viel Selbstbeherrschung, die dann notwendig ist. Also wirklich hart. Okay. Alternative Szenen von Bekannten zur Freundin. Und wir sehen, es gibt wieder mehr Szenen in dem guten Kleid, die irgendwie strange sind. Ja, dieses durch die Tür gefilmte ist aber auch fucking weird. Und mit dem Kleid auf dem Sofa, es wirkt strange as fuck. Na gut. Okay. Wait, let's call things down, because I'd like things to be really special with you, because you're a special girl, so I need to buy some candles, so I need to get this new. My playlist is really old, so I need to, you know, get some fresh tunes and stuff. So, let's plan a date soon. Okay, das war sehr... Wait, let's... Achso, jetzt habe ich nochmal draufgedrückt hier tümlich. Das war jetzt ein bisschen kürzer. Aber ich glaube hier, das mit dem Slappen... Schon wieder hier tümlich draufgedrückt. Das mit dem Slappen, glaube ich, haben wir sogar... Ich... Warum drücke ich denn gerade? Ich drücke gar nicht. What the fuck? Egal. Aber wie gesagt, das mit dem Slappen könnte sein, dass wir das sogar schon normal gesehen haben. Egal. Ich würde sagen, jetzt hier... Perfekten Lauf. Äh, hier, genau. Alternative Szenen von Bekannten zur Freundin. Achso, perfekt. Das ist jetzt quasi auch nur eine alternative Szene von demselben Level, aber eine andere Szene. What the fuck? Was passiert jetzt? Das ist jetzt schon so gut. Aber ich habe das gedacht, das ist ein bisschen ein Schwenker. Aber er ist schon ein Schwenker. Und du musst ihn einfach nicht verdrücken. Du kannst ihn einfach verdrücken. Du kannst es besser. So, why don't you just text him now and tell him we're finished, it's over. No, now is a little bit too soon. So, I will sort it out myself. Don't worry about it. Let's just change the subject. Well, actually, I forgot to say, but I went... You know my psychic? I went to see him. No, it's you. You never saw him. Well, I've got a psychic and they're always right about everything. So, I went to him again and I happened to just ask him about you because we're close friends. And he said she's in a toxic relationship. Toxic relationship? The longer she stays in it, it will rot her soul and she will be cursed into damnation. Something like that. Tell your psychic to not worry about me. Well, I don't need to tell him anything. He knows already what's going on. Just don't worry about us. We will sort it out. Just let's stop this conversation. Do you really want to be cursed into damnation? It's not that bad. Well, he said it is, so... I know better how it is. I just have tiny problems because of the time, because of this project. We could take a picture together. Like, you know, it looks like we're together, but we're just friends. We have millions of pictures together. No, but like a more romantic one and then we send it to him. He gets angry, you get rid of him. Something like that. Or I could call him for you. That's very smart, but no, thank you. Say that you've run away with me. Something like this. How are you anyway? What's going on? I'm fine, but what about dumping this guy? I think we need to do it. No, no, Richard. No, please, let's stop it. You need an intervention. You know, like a drug addict. You're annoying. Please. Annoying? Hmm. Well, think about it. I'll talk to my psychic again. I promise I will. Let's stop it. Any other subjects we can discuss? What? I don't know why my mouse just randomly clicks. My mouse is already full in the Arsch. I might just replace it. But it can also be, if I click here for scroll. I scroll just with my mouse. What exactly is in the Arsch. Where I can't even scroll. I scroll down, but it scrolls not. Sorry. Okay. Okay. Ähm. Ja. Das war hier ein bisschen übrigens der Running-Joke mit meiner kaputten Maus. Ich hoffe inständig, dass ich die jetzt bald tauschen kann. Das Problem ist, die ist aktuell ausverkauft. Und ich weiß nicht, wann die wiederkommt. Und ist aber eine supergeile Maus eigentlich. Ich hab die schon fast fünf Jahre. Also von daher. Irgendwann gibt die auch einen Geist auf. Ähm. Ja. Das fand ich irgendwie eine lustige Sache. Ja, doch schon eine der Besseren zumindest von den alternativen Szenen. Prinzipiell die alternativen Szenen, die war sehr kurz. Aber auch die und die waren sehr nice. Scheide, dass die es nicht geschafft haben. Ins Spiel selbst. Frag mich warum. Wegen den Entscheidungen oder... Keine Ahnung. Okay. Perfekter Lauf für neun Levels. Zwei Frauen in einer Bar. Alternative Szenen. Das ist sehr schlecht, auf einen Seite. Das ist schlecht, auf der einen Seite. Das bedeutet, dass man manchmal manchmal etwas unalphloser essen. Ja, aber manchmal. Aber auf der anderen Seite ist es sehr gut. Das bedeutet, dass man alles in die Hände. So, zum Beispiel. Burger, fries, Milkshake, Chicken Wings, 8 dicks mit extra G's, Pizza. So, das ist toll. Das ist toll. Ich bin glücklich, dass ich dich kam. Wie kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ich bin ehrlich. Ich spreche von der Hände. Ich spreche von der Hände. Und von der D... Das ist für später. Von der Dick. Du bist von der Dick, nicht von der Hände. Both. Und jetzt ist es von der Hände. Okay. Nein. Aber jetzt, ich spreche von der Hände. Ich spreche von der Hände. Was? Das ist so sexy, wenn du mit mir so sprechen. Das ist schon ein bisschen creepy gewesen. Aber ich... Auch hier bild ich mir ein. Das wird das... Also... Also die Choice ist mir bekannt vorgekommen. Was er doch auch gesagt hat. Put anything in your mouth. Und dann ihre Reaktion. Ich glaube nur das Ende war bei dem jetzt die Alternative. Also so die letzten drei, vier Sätze. Und dass sie halt aufstehen. Und also die Art wie sie aufstehen und so. Kann da sein, dass ich mich täusche. Aber ich glaube da war nicht die ganze Szene alternativ. Sondern nur ein Teil davon abgewandelt. Okay. Perfekter Lauf für alle Levels. Und das ist jetzt interessant. Ultimative Night Game Führer Teil 2. Wo ist Teil 1? Ist meine Frage. Ah. Öffne 100% des Hinweisbuchs. Der ultimative Night Game Führer Teil 1. Ist aber irgendwie weird. Des Hinweisbuchs. Kann man das hier irgendwo geschwind öffnen? ce-lf Das ist das hier das Hinweisbuch. Ich glaube irgendwie nicht. Ja, hier müsste ich jetzt echt wissen, was das Hinweisbuch ist, weil wenn es nicht der Ratgeber ist, weil Vielleicht bekommen wir gleich irgendwas Ich mach mal für jedes Level das hier auf Das ist jetzt weird, weil das hab ich noch gar nicht wirklich mir angeschaut, dass es hier diesen Ratgeber gibt Hoffentlich bringt das jetzt auch irgendwas und ich mach das jetzt nicht vollkommen für umsonst Hier sieht man auf jeden Fall auch noch was für Choices es noch gibt Ist es jetzt 100% des Hinweisratgebers geöffnet? Nö Dann weiß ich nicht, was das sein soll Also hier perfekter Lauf für alle Level und 50% Abschluss, sag ich ja okay Aber allein ist es weird Hier steht perfekter Lauf auf jedem Level Und im Endeffekt haben wir hier schon überall perfekter Lauf für alle Levels Ist es dann wirklich nur dass wir hier in diesen diesen zwei Leveln und hier bei dem einen nicht alles haben? Das könnten wir vielleicht sogar noch geschwind ändern Je nachdem wieviel Zeit uns da noch bleibt Jetzt schauen wir uns erstmal die Sachen noch an Alright Was auch immer der perfekte Nightgameführer sein soll Hey guys, welcome to the video Today I've got something very special because it's all about how to meet girls in bars and clubs As you can see we've taken over the whole nightclub We've kicked out all of the guys and all of the ugly girls And I'm gonna be sharing my very best tips for how to go out to a bar, to a club and be successful with girls So make sure you watch to the very end because I'm gonna be sharing a lot of my favorite stuff So here we are, I'm with my good friend Alex And it's actually quite a realistic situation because the person I've been out most with to bars and clubs is this man right here, Alex Now we're very different to the average guys but we see a lot of the average guys when they're out and they tend to kind of stand like that and they're kind of, you know, checking out where are the girls, like that, looking around They look quite creepy, they look quite bored and if a girl walks past, they'll be kind of Like this, like You know, plotting and scheming about how to talk to the girl and that's, you know, maybe if she doesn't see it you might think it's okay but there's always other girls in the place and even girls that are behind they'll notice when guys are doing things that are very obvious So me and Alex, we try and do things a little bit different and we're facing each other we're talking, we're having fun we're always smiling we've always got a good vibe about us we're joking we might be making fun of people or something like that whatever it is making jokes about different things talking about what's going on and if a girl is there we don't pay too much attention to her we notice her but we don't pay too much attention but we have this nice vibe between us and what normally happens is when girls come and they're choosing a place to stand they're not freaked out, you know, by us so they're happy to kind of stand by us at the bar so we're normally surrounded by a bunch of girls even before we start doing anything so guys, bear that in mind when you come into a place and you're thinking about how to behave when you're with your friends okay okay, so what I want to demonstrate here is approachability of girls so if a girl is single she's going to behave in a certain way and if she's got a boyfriend she's a lesbian or she's catching up with her friend that she hasn't seen for 10 years she's going to behave a little bit differently so these girls have positioned themselves close to the wall so you can't kind of creep in there and talk to them the girl on this side has her back turned and there's very little space between them and they're involved in a, you know an intimate conversation so they're difficult to talk to girls standing like this like I said, are less easy to approach doesn't mean you shouldn't do it I'm going to show you how you could do it later but if you're doing your first approach if you're a little bit nervous you probably want to start with something a little bit easier at the other end of the scale you've got girls that are kind of presenting themselves they're more available they're probably single they want guys to talk to them and they will be, you know facing outwards they'll still be talking to each other but they'll be looking around you know a guy comes in there a guy's walking there and they'll kind of notice him so they're aware of people in the room they're looking out for new guys that are coming in and they might hold eye contact they might smile and these would be the girls that would be more approachable like I said, it's up to you if you want to approach difficult girls or girls that are going to be more receptive but start to be aware when you're kind of out and about the girls that would be more and less approachable so one of the pieces of advice that I always give to guys is they shouldn't just, you know, stand in the whole place in the same place the whole night that's because you want an opportunity to walk around the bar the club to get a chance to see all of the girls that might be there that you might want to talk to but also when you're walking around you have lots of opportunities to start interactions when you're passing someone it's a natural situation to just notice something to start a conversation to cheers with them or whatever and too many guys that I've been out with that haven't had, you know, lots of training they walk when they're in a place they walk very quickly like they've got to get somewhere so there's the pretty girls there but they'll be walking through and they're just looking down or they're looking ahead and they walk at such a pace that they don't have a chance to spark any situations with the girls so even if they walk through and a girl was smiling at them and they might say oh I think that girl liked me but the time it's happened he's already way past so it sounds really really simple but one of the major pieces of advice that I give guys is that when they're walking around a bar or a club they walk slowly and they make eye contact with everyone so they've got some time to catch the eyes of a girl and they judge him just from that few seconds of eye contact you know is she smiling is she receptive is she interested if you have eye contact and immediately she looks away it's a big difference to if you have the eye contact and she maybe smiles and she's a little bit shy or she just holds the eye contact and smiles if you've got one of those situations and you're walking slowly and you're getting that good eye contact you could just say cheers or you could just step in and say hey how's it going and you could say oh cool iPhone case look at this and have a look at that and you know you find something that you can start the interaction with if you're just racing around you don't have the opportunity to do that so very small point but it should double the amount of you know attention and IOIs that you get if you just walk around smoothly and try and make eye contact with everyone as you walk through the bar you're not holding it for long because you're walking and you're breaking it from one girl to the next breaking to the side so it doesn't look nervous even when you break eye contact how long are you going to do that now? how long are you going to do that now? you know there's a girl or maybe two girls and there's a guy and you're not sure if they're together or there's a group of girls and you don't want to bust in there and in situations like that it's always good to start non-verbally so I will try and get the attention of the girl and once I've got her attention I'll raise my drink like that and if I haven't got a drink I might wave or something like that or I might just look at her in a way that generates a response and I'm looking for a smile if she smiles I've then got the opportunity to go around and talk to her if she's shy you know I can judge it like that and if she's you know with this guy and she's got a boyfriend then I'll know from her response because she'll be a little bit like oh you know I don't want my boyfriend to see me looking at this guy so I'm going to look away so you can tell a lot just from you know provoking that response without going all the way around to the other side of the bar and busting in on you know 2, 3, 4, 5 people that are in a group ok, if that's not the last one one of the things that I use to start interactions with girls is actually opening with a touch and when girls are in this situation at a bar a lot of guys you know freak girls out they can sometimes come like this hello hello like that and it's horrible it doesn't feel nice when someone hello hello girls never like it or the guy kind of comes in girls girls and it's too close it's too intense so not a good way to do it the way I would do it in this situation is to come in and I'm going to use a very gentle touch on the shoulder so I'm going to touch like here and say hey girls and then step back so I come close and then step back and the touch is very gentle it's kind of a guiding touch and it's the kind of touch your friend does you know when you know he goes away and then comes back and he kind of touched you gently on the shoulder just to say he's there so you can even do this so when the girls are facing away and you can come in and you could say something like hey Maria oh sorry I thought you were my friend Maria anyway I'm Richard nice to meet you like this and you can use that because it's a very familiar touch the kind of touch that a friend would do it's a very light hand barely touching barely any weight but she turns around with it because she feels it and it's something that is a familiar touch in our lives that friends only do with us so you can try that it's opening with a touch okay okay that's going offensichtlich a little bit but it's just a little bit the video game especially because we have a few things and yeah I would say I don't want this I don't want this 1 hour 30 minutes or something that's the bonus part so Versage bei jeder Wahl im Szenario von Bekannten zu Freundinnen Das ist auch eine Leistung also gut dass wir immer die guten Option nehmen ist eben nicht nur lustig sondern auch hier Vorteil bringt so alternative Szene um hmm would you like to kiss me? no thanks no? hmm ha 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 only joking um English Tumor this is we always make this joke in England this is so funny right? yes why would I kiss you? it's like kissing my sister kissing my granny at the same time something like this yeah it's not of course yeah anyway it's not just a joke wie gesagt da auch die Choice Gabels die haben wir glaube ich nicht genommen aber also die Choice Gabels ist unoffensichtlich wirklich ein alternatives Material dafür gut werde bei jeder Wahl körperlich angegriffen nice das heißt wir sind richtiger Creep und kriegen deswegen Belohnung das ist weird aber so Phrase aber gut Feedback Video Outtakes ist allerdings etwas wo ich jetzt schon sehr drauf gespannt bin ich hoffe das kann ruhig 2-3 Minuten gehen und nicht dieses wo man wo ich hier irgendwie denke hier ich habe nicht mal Teil 1 gesehen warum jetzt Teil 2 der so lang geht ok schau mal hier 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 Dann hier 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 Das war's für den Film. Das ist es. Ja! Das ist gut, aber ... ... Ich weiß nicht, was ich? Was? Was ist das, Frau? Ich kenne oh I don't know what the fuck... even if you do enjoy killing animals, drinking their blood... she doesn't like it. She's hunting! Hunting. So don't do it. Do you hear her? Winners don't do drugs. Apart from the Olympians that get lost at the school... Okay, schade, ich habe mir eher da so, also das war jetzt mehr so quasi, es war schon lustig, aber ich habe mir eher so diese, ja ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie so ein bisschen was anderes daraus erwartet, weniger so wie, ja okay, also mehr so quasi das vor dem, was davor passiert ist, schade, na gut, okay, jedes Level mindestens einmal, okay, also das ist relativ leicht zu bekommen, glaube ich, und ist auch schon das vorletzte, von daher, nee, der vorvorletzte, so, alternative Szene mit dem Date von Alexa. It's interesting that you say that, you know what I think about, oh, excuse me, I'm sorry, it's okay, human, I had some veins yesterday, it's alright, it's fine, it's fine, it doesn't smell too bad, it's okay, it's okay, it was an accident, I'm sorry, I don't do that that often, good. Also die Choice, also Choice, aber das, also ich weiß nicht, ob es eine Choice war oder ob man das dann retten musste, aber auf jeden Fall, es war auf jeden Fall quasi, was ähnliches gab es auch im Spiel, wie gesagt, also bei ein, zwei von den alternativen Szenen, ist mir wirklich nicht bekannt vorgekommen, aber das kam mir wiederum von bekannt vor. Okay, und die letzten zwei, glaube ich, sind jetzt wieder sehr interessant, SMS-Geheimnisse, was heißt denn das? If you are getting a lot of flaky numbers, I want to tell you first to go back and do some other stuff at the point of getting the number. I'm going to give you some texting tips in a minute, but first I want to talk about when you actually get the number and making sure it's solid. If you want to make the number solid, at the time you ask for it, you can do three things. You can talk about things that you can do in the future with the girl. You find out that she likes cocktails, going to different clubs, you find out that she likes going to museums, and then you've got ideas of things that you can do together and you can suggest it. The second thing that you should do is ask about her upcoming plans. So if it's Sunday when you meet her, ask what she's doing that week. If you find out that she's going to be really, really busy, you know that it might not be a great idea to invite her on a date by text on Wednesday because she's got a big project or an exam or whatever it might be. The third thing that you can do, and this is the thing that will give you the maximum chance, is actually arrange the date there and then. So you say, what are you doing this week? She says, not very much. You say, why don't we meet on Thursday? She says, yes. You say, okay, cool, let's meet at 7 or 8 o'clock. I'll text you in the afternoon. She says, uh-huh, okay. And you hand her your phone and she gives you the number. That's making it as solid as possible. But let's put that to one side. You want to know texting tips, so let's get right into those. Obviously, it depends a lot on what the girl's responses are. I can't tell you, you know, send these five messages with no alterations and you'll definitely get the date and definitely get what you want because you have to respond a little bit to what she's saying. But you can follow a rough framework. First text should be something like this. Let's assume you met her on a Friday night in a bar. I guess that's where most people are meeting up. So, you can say something, you can text her on Sunday evening or Monday and you can say, hey, it was good to meet you. How was the rest of your weekend? It's a very simple message, very short, and it differentiates from other guys that are saying, it was great to meet you. My name's Bob from the bar. Would you like to go for a drink with me? It's a very simple way to kind of get an easy response. And what you're looking for is you're looking for her response. If she just says, yeah, good, thanks, that's kind of a cold response. If she gives a longer response where she said, yeah, I had a great weekend. My sister came to town and I did this and this. Yeah, it was awesome to meet you too. Smiley face, smiley face. And how was your weekend? Then you know that she's more interested. If you're getting girls to the more interested side of the scale, then you can proceed more rapidly through the steps. In that case, the next step would be something like, you know, you answer the point in her message. Say, cool, you know, that your sister came. You know, she's older or younger, whatever it is. Take some point from her message. Talk a little bit. Answer her question or say what you got up to. And then say, what are your plans for the next few days? She answers this and then you've got the method to arrange the date, which we'll get to in a second. If she responds coldly, I would always suggest leaving it for five, six days, maybe a week, and then reengaging and looking for the point where she becomes more friendly. By not replying and leaving it a while, you keep her thinking about you and wondering why you didn't, you know, go for the date. So she's more likely to invest more next time. On to the next message. You've asked, you know, what her plans are for the week and then she's going to give you an indication of how busy or not she is. If your first meeting was really, really cool and, you know, you think that she'd be happy to meet you for a one-on-one date, you can go ahead and arrange that. You can say, why don't we go for a drink on Thursday? You know, you said you like cocktails. There's this cool place, blah, 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 and you arrange it like that. A good thing to include here is use a kind of sneaky technique called illusory choice and you say, okay, let's meet at this place. When's good for you, seven or eight o'clock? So you're putting a question there, but it's something that doesn't really matter to you. That gives her some feeling of power in the interaction. So that's a little trick that you can use. Again, hopefully you've done all of this at the initial meeting and you won't need to do very much by text at all. But that's how I would play it. Pay close attention to her reactions. Sense her receptivity. Don't ask too many questions in your messages. Don't make them too long or difficult to answer. Let her be more friendly than you. That should put you in good stead in terms of getting responses and bridging that gap from the initial meeting to the first date. So thanks for watching, guys, and I'll see you soon with another video. It can be said that this is a kind of video that he is Worldwide because I think that is his actual thing, and this will be a bit familiar. gelangt ist, dass es quasi jetzt so ein paar Sachen sind, die noch nicht veröffentlicht wurden und er sich gedacht hat, okay, wir machen jetzt dieses coole Spiel und ich packe diese paar Dinger da einfach als Bonus, als Extras rein. Wäre zumindest ganz cool. Also zumindest besser als, dass es Sachen, die man schon so im Internet findet und ich hätte theoretisch auf YouTube Design geben können und hätte dafür jetzt nicht irgendwie ein Hinweisbuch öffnen müssen. Ich weiß nicht mal, was das fucking Hinweisbuch ist. Ich habe irgendwie 50% des Hinweisbuchs geöffnet und weiß nicht mal, was das ist. Ist ja auch super. Aber gut, da gibt es noch ein paar Sachen, die wir nicht haben, die für euch dann vielleicht ein bisschen ein Anreiz ist, falls ihr das Spiel auch habt und euch kaufen oder holen werdet, dass ihr dann die paar Sachen noch für euch freischaltet. Weil sonst ergibt es ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich 100% des Spiels zeige. Versuche ich ja tendenziell zu vermeiden, außer halt bei so Sachen wie The Walking Dead. Wobei, ja selbst da gibt es Choices und so. Also ich glaube, es ist fast unmöglich für den Let's Player 100% eines Spiels zu zeigen. Weil es gibt immer andere Playstyles, andere Choices. Außer halt wirklich bei den super linearen Sachen, wie zum Beispiel Outlast. Und selbst da, wenn ich nicht alle Dokumente finde, dann, ja, ist es ja auch ein bisschen noch was anderes. So, und last but not least, der Unterschied zwischen Day Game und Night Game. Wo ich ja mir am Anfang echt gefragt habe, was ist Day Game? All right guys, so in this video I'm going to be talking about the difference between Day Game and Night Game. A lot of guys are either good at one or the other and it's a shame because by understanding the differences between them, you can be very good at both. So, I'm going to run through real quick. We're going to jump from the daytime to the nighttime, give you some examples so that by the end of it, you know how to behave, how to do things in the daytime versus how to do them in the nighttime. With the very first thing, Indicators of Interest, in the daytime you're not going to get very many. You're going to be walking down the road, you'll try and make eye contact with girls and in general you won't get too many IOIs back. Something you can try is to be on the phone, be listening to music, be walking with a friend, especially a girl, be eating something, eating an apple, eating something like that, an ice cream, drinking from a big bottle. Actually, these things get you more attention and will get you more IOIs in the daytime. In most cases in the day, you get the IOIs, you're passing someone, you can let them pass and then you can approach like we show you in the videos or like you'll see in Day Game Domination. So that's IOIs in the daytime. In the nighttime, you will get more Indicators of Interest and more opportunity to create them. As you're walking around, people will pay more attention. When you come in a place, girls might look to see who's there. As you're walking around the venue, across the bar, you're going to have lots of opportunities where you can make eye contact before you approach. So that is a big difference from in the daytime. In fact, if you master IOIs, you can make, you know, 70 or 80% of your approaches warm rather than cold. Meaning that you've already exchanged some eye contact and some non-verbal communications before you actually come up and approach. Second thing is when it comes to approaching and physical space. So in the daytime, you're probably looking at having a distance of about this much when you start an interaction. You're further than arm's length apart. If you're too close, it's quite strange for the girl in the daytime. So yeah, exactly. So keeping in mind physical space and normally you would actually be face to face. You wouldn't be side on. So in the daytime, that's how it goes when it comes to physical space and approaching. When it comes to approaching, you're going to be able to do it in a few different ways in the nighttime. You know, if she's at the bar, you can kind of come up next to her. You can, of course, approach directly. A lot of the traditional theory is that you should be a little bit side on instead of kind of facing direct towards her. And I agree with that. But in general, you don't have to have so much impact in your approach. You can be a little bit smoother and kind of sneak in there. And of course, you can be a lot more nonverbal setting things up with your body language and nonverbal communications as you actually walk towards her or before you approach her. In the nighttime, the physical space stuff is very different. It's quite comfortable for us to be actually, you know, touching close side by side. Even with a complete stranger, this is completely normal, you know, if you're both standing at the bar. If you are talking to each other, you would be much closer, close enough to touch. You might be in a loud place, you're leaning in, blah, 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 talking in her ear like this. And in general, you're able to be a lot closer even before it's, you know, a romantic situation. So pretty much immediately, you're going to be able to get a lot closer. The third big difference is when it comes to touching or kino escalation. In the daytime, it's very common that I wouldn't actually touch a girl at all. I don't think, you know, I would do too many touches even on the arm. There might be some moment where, you know, I pick something out about her clothes or her jewelry. But in general, I wouldn't actually try and do that. It's not so important in the daytime to escalate physically. It's more important that she's very comfortable. And unless there's some point where maybe you decide to go somewhere together and you walk her and you kind of put your hands on her back to lead her across the road or to open a door and to take her somewhere, in most cases, you wouldn't have much physical contact in the daytime at all. When it comes to touching, you're going to see a lot more if done correctly. You might open and put the hands on the arm as you're opening her. You can use the front and the back of the hand to touch all of the way along the side of the body. You might touch, you know, the small of her back. You might take her around the shoulder and talk about something in the venue. So in general, you've got a lot more touching. You're able to get a lot closer. Next big difference is when it comes to verbal versus nonverbal game. It's possible that this is maybe the biggest difference in what you should do. But in the daytime, it's going to be a lot more centered on your verbal communication. We've already said that you haven't got much touching going on, but also you can't really have those moments where you're kind of just looking or you're dancing or you've got, you know, something where you've got something from the environment. You're not very close. So it is very verbally dependent. There's a lot of emphasis on the conversation. There can't be any lulls in the conversation because then she could walk away. So if your verbal game is not up to scratch, it's very good to kind of throw you in there in the daytime, in the deep end to make sure you've got what it takes. Conversations mustn't run dry. And the only thing that is nonverbal that really comes into it is having good eye contact. The verbal-nonverbal balance is, of course, very different in the night time. There's a lot more nonverbal stuff. It's a lot more about the eye contact. It's about the touching. You can dance. You can have a lot of time when there is no verbal communication. Because actually, in a noisy place, you want to communicate a lot through your moods. You know, if you're smiling, if you're enjoying the music, if you're moving, if you're dancing, if you're doing something, then you won't need to focus too much on the conversation. In general, in the beginning, it will be not so verbal. And then if you do want to talk, you might go to a more quiet place, the smoking area or to sit somewhere to carry on a conversation. In the daytime, it is possible to have some subtle flirting. But girls, when they're in their lunch break from work and things like that, they're not drunk. They're not in a bar. They're not usually dressed as sexy as Olya is today. So they're not in that kind of mood. They're not in a sexual state. They're happy to be comfortable with someone and to spend some time, but to take the conversation to kind of sexual things, to be looking at her lips, to be giving her sexual compliments and things, in the daytime, it's really not the place for it. In the nighttime, obviously, you can ramp things up a lot more. You're going to be standing closer. You're going to have more contact. You're going to have closer eye contact. And so things are going to be a lot more intimate than in the daytime. Also, the focus as things continue with drinks involved, with her dressing more sexily, you're going to have more opportunity to take things down that road. Whereas in the daytime, it's really not appropriate in most cases. Final point is when it comes to closing. In the daytime, the key is that you need to have a good conversation, usually five to ten minutes. You need to talk about things that you both like to do. Find some common points. Find some dates and things that you can do together in the future. Find out, if possible, her schedule. And in most cases, you're just going for a solid number and setting up a date for that time. Or you're going for what we call the instant date, where I say something like, listen, I've got like ten minutes. Why don't we go for a coffee? There's a coffee place over there. And we go quickly for a coffee. So in the daytime, that's what closing would look like. And the key thing is to make it as solid as possible. If you're getting flaky numbers, then I suggest you go for those instant dates. If you're already getting good numbers, then you know what a solid number is and you can go for numbers. Finally, when it comes to closing, of course, you can think about numbers, but in most of the cases, you're going to want to escalate physically or take her somewhere. So you're going to go from escalating the touches to maybe kissing, dancing on the dance floor. You might invite her to eat something. You might invite her to an after party. And basically, the goal would be to get her out of the place. In a lot of cases, the number closing the nighttime is only for situations where you think she wouldn't go with you or carry on things because she's with her friends, she's tired, she has to wake up early, she's got a flight in the morning or something along those lines. So forget about the numbers in most cases when it comes to the nighttime. So guys, those are the key differences between night and day game. If you had a weakness before, go out, make those changes and I'm sure it will really help. around this video, you're going to see a link to click and you'll be able to check out day game domination. It's got infield footage. I'm very proud of it. It's going to show you everything you need live and in action, real girls in real situations, how it's all done. So check it out. Click the link. And again, thanks for watching the video and I'll be in touch soon. Okay, das hat jetzt mich doch glauben lassen, dass man das irgendwo anders auf YouTube oder wo finden kann, weil er hat gesagt, Link im Video und das gibt's halt hier nicht. Also ich habe zumindest keinen Link irgendwo eingeblendet gesehen oder was. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt in einem Spiel, wobei doch, ich glaube, es funktioniert schon, weil wenn ich hier auf Import and Update, dann öffnet sich auch die Steam Page. Also von daher, ja, Super Seducer 2 haben wir natürlich schon gespielt. Das war der Bonus von Super Seducer 1. Wie gesagt, den dritten Teil wird's eventuell irgendwann, sagen wir jetzt mal, im Laufe des nächsten Jahres geben. Und bis dahin würde ich jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, die ganzen Geschichten. Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Also es waren prinzipiell alle Level sehr cool. Hier war der Anfang ein bisschen komisch. Und hier das hier hat ein bisschen einen ganz anderen Vibe als alle anderen Level gehabt. Aber trotzdem prinzipiell war es ein gutes Spiel. Man hat gemerkt, es ist nicht ganz so groß aufgemacht wie Super Seducer 2. Allein schon, dass Super Seducer 2 mit einem fucking Panzer eröffnet hat, macht das glaube ich so ein bisschen vom Scope her verständlich. Falls ihr Super Seducer 2 natürlich noch nicht kennt, hier eine wärmste Empfehlung, wenn ihr das schon gut fandet. Super Seducer 2 legt nochmal eine Schippe drauf. Und ja, das würde ich sagen, war es von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Sonntag noch und wir sehen uns in Bälde zu einem anderen Sonntagsspecial. Das war Super Seducer und bis dahin, also bis zum nächsten Mal bei einem anderen Sonntagsspecial sage ich Tschüss, Leute.